Schauspielerin Chrysanthi Kawasi lässt nach ihrem Babyhammer die Hüllen fallen. Bei Instagram präsentiert sich die schwangere GZSZ-Darstellerin freizügiger denn je. Dieses Oben ohne Foto bringt nicht nur Ehemann Tom Beck ins Schwitzen. Bei diesem sexy Foto bleibt ihren Fans die Spucke weg. GZSZ-Star Chrysanthi Kawasi spielt Laura Lehmann, lässt im Netz die Hüllen fallen. Zu bestaunen gibt's den verführerischen Halbnackt-Kracher aktuell auf dem Instagram-Account der TV-Schönheit. Chrysanthi Kawasi oben ohne im Netz GZSZ-Star lässt die Hüllen fallen. Chrysanthi Kawasi ist derzeit überglücklich. Und das soll auch jeder sehen. Erst vor wenigen Tagen hatte die Schauspielerin mit einer süßen Fotoreihe bestätigt, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. Nun legt die hübsche Brünette beim Foto- und Videonetzwerk nochmal nach und posiert ein zweites Mal halbnackt für ihre Fans. Blumenstrauß verhindert zu intime Einblicke. GZSZ-Star Chrysanthi Kawasi zeigt wachsende Babykugel. Mit gleich zwei verführerischen Aufnahmen lässt die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin am Freitagabend, 27.11., die Fanherzen höher schlagen. Abgesehen von einer halbhoffenden Jeans trägt die 34-Jährige nichts am Leib. Ihren nackten Oberkörper verbirgt die werdende Mutter hinter einem Blumenstrauß. Hingegen deutlich zu erkennen ist der wachsende Babybauch des gute Zeiten, schlechte Zeiten Lieblings. Ein Bauch voller Liebe, schreibt Chrysanthi Kawasi passenderweise zu ihrem freizügigen Netzauftritt. Fans und Kollegen lieben Chrysanthi Kawazis atemberaubenden Netzauftritt. Bei diesem heißen Auftritt gerät nicht nur Chrysanthi des Ehemann Tom Beck ins Schwärmen, der den atemberaubenden Halbnacktkracher mit gleich vier roten Herzen versiegt. Auch die Fans sind hin und weg von den sexy Fotos. Wunderschön und schönste, jubeln zahlreiche Follower. Und auch Kawazis GZSZ-Kollegen und Kolleginnen staunen nicht schlecht. Ich liebe 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 diese Bilder, erklärt etwa Ex-GZSZ-Liebling Valentina Pade, während Olivia Marei den Schnappschuss mit einem Wow kommentiert. Schon gelesen? Let's Dance Liebling. 46, plötzlich gestorben. Folgen Sie news.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube. Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.